Und da geht es weiter mit To The Moon. Wir müssen Eva aufhalten. Weiß ich. Jonny. Ja, weiß ich Jonny. Wir müssen Weaver entfernen. Und wir wollen das nicht mehr. Oh man! Hä? Hey, da kommt noch gar nicht vorbei. Danke. Jo, jetzt kommt noch vorbei. Toll. Boah. Das ist ziemlich teure Ausrüstung, die du dich gegenwirst. Ich meine es ernst. Bleib einfach wo du bist und warte bis ich fertig bin. Ach, du kannst mich mal. Boah. Los, weiter. Hör mal, ich will mich nicht dazu hier auszusteigen und dir den Stecker zu ziehen. Du würdest ernsthaft muskieren, dass deine Erinnerungen in diesem kaputten Zustand bleiben? Hör einfach auf. Bitte. Ich brauche nicht lang. Boah, nicht schon wieder. Oder komm doch in Ruhe mich. Ich bin am Ende des Flurs. Was? Ähm. Das meinst du doch nicht wirklich. Findest du das witzig, Eva? Großer Gott. Das sind nicht nur einfach Zombie-Evers. Was? Das sind Zombie-Evers. Ähm. Kein Schritt näher. Ich bin nur waffnet. Äh, ja. Schieß doch. Hä? Ja. Ich drücke aber wach nix. Hä? Okay. Ich benutze WASD, aber... Es tut sich nix. Ich kann ja nix machen. Ist ja irgendwie... Ist das jetzt ein Backel oder was? Ja. Ja. Ich bin auch zu doof, ne? Wer ist die und nicht die Falltasten? Ah! Geht weg! Nein! Geht weg! Nein! Alter! Kacke! Weg mit euch! Lass mich durch! Puh! Sind diese Dinger also doch zu etwas gut? Okay. Die wehren die Zombie-Evers ab. Und schnell weiter. Ah! Oh, was ist das denn? Alter. Ich finde das hier noch richtig knifflig zum Ende hin. Ich finde das hier noch richtig knifflig zum Ende hin. Das ist alles nur Schleife. Ja. Oh, scheiß drauf. Was zum... Eva, was ist passiert? Eva! Johnny. Was noch? Milliarden von Leuchttürmen, die fest sitzen am anderen Ende des Himmels. Das ganze System fasziniert im Chaos. Papierhasen. Es ist fertig, Eva. Sie wird nie mehr allein sein. Wie fühlt es sich an? Wahrscheinlich nur die Verantwortung. Ich... Ich will einfach nicht wie alle anderen sein, Nick. Jetzt sehen wir ja... noch mal fast alles, das wir durchlebt haben mit Johnny. Seine Erinnerungen. Es wird ihnen helfen, den Zustand ihrer Partnerin zu verstehen. Lieber nicht. Warum das? Was zum... Hier gerät alles aus den Fugen. Das Lied ist so wunderschön. Das Lied ist so wunderschön. Das Kaisers neue Kleider, von Hans Christian Andersen. Das Kaisers neue Kleider, von Hans Christian Andersen. Wahre Liebe. Für River. Und das Schnabitier. All die Jahre hat sie es behalten. Und er hat sich nicht mehr erinnert. Das muss eigentlich ziemlich schlimm für sie gewesen sein. Und trotzdem haben sie sich gefunden. Und wir leben miteinander verbracht. Und wir sollen das jetzt kaputt machen? Nur damit er zum Mond... Und du damit erdenkt, dass er zum Mond geflogen ist? Ob das richtig ist? Ich weiß ja nicht. Aber es liegt nicht in unserer Hand. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Cool, ich habe kein Fußball. Hallo. Warte, bleib hier! Ich bin Johnny. Und wie heißt du? Das ist echt strange. Hör mal! Das ist... Hör mal! Das ist lange her. Kein Datum. Keine Uhrzeit, Johnny. Okay. Hallo, Neil. Morpheus? Was? Hier ist Eva, du Trottel! Keine Sorge, wir sind die einzigen hier. Eva! Was auch immer du gerade tust, hör auf damit! Wir wissen vielleicht nicht, was Johnny will. Aber wir wissen genau, was er nicht will. Und genau das beschwörst du gerade herauf. Es ist bereits geschehen, Neil. Warum kommst du da nicht endlich raus? Was? Wo ist Eva? Hallo? Wo? Da. Was hast du mit ihr gemacht? Entspann dich. Sie geht nur woanders hin. Weißt du, es ist eine Sache, meinen Zugriff zu blockieren, um mich mit ein paar Olisen zu füttern. Aber das hier ist jenseits von Gut und Böse. Es tut mir leid. Aber das hier führt zu gar nichts, wenn du weiter die Änderung zurücksetzt. Aber jetzt ist das der einzige Weg. Du musst mir vertrauen. Also bitte, beruhige dich einfach und warte hier. Dann los jetzt, auslösen. Wo willst du denn noch hin? Es gibt noch eine allerletzte Sache, die ich erledigen muss. Du kleine Poserin. Es gibt doch gar keinen Grund, ein Tor zu visualisieren. Was soll eigentlich dieses Melodrama, Neil? Warum kämpfst du so hart um das hier? Vergiss es, wir haben keine Zeit. Das wird schon, Mann. Dreh dich einfach um. Alles klar, alles klar. Hey, was machst du? Psst. Ähm, hallo. Was? Sorry, Kleiner. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Los jetzt, haben uns alle guten Tische besetzt. Sie sind alle gleich gut, Mensch. Nein, Joey hat recht. An denen in der Nähe der Küche reicht es besser. Ganz genau. Und man muss sich nur umdrehen, um einen Olivennachschlag zu kriegen. Bah, Oliven! ihn zu retten, rechtfertigt gar nichts. Er kann sich immer eine neue so versuchen, Neil. Aber seinen Bruder gibt es nur einmal. Jetzt komm, wir stehen im Weg. Aber ist das wirklich so? Oder gibt es auch Röse nur einmal? Everything is alright. Chin up, I can't step into the spotlight. She said I'm sad, somehow without any words. I just stood there Searching for an answer When this world is no more The moon is all we'll see I'll ask you to fly away with me Until the stars all fall down They empty from the sky But I don't mind If you're with me Then everything's alright Why do my words Always lose their meaning When I feel what I say There's such a rift between them He said, I can't really seem to read you I just stood there Never know what I should do When this world is no more The moon is all we'll see I'll ask you to fly away with me Until the stars all fall down They empty from the sky But I don't mind If you're with me Then everything's alright If you're with me Then everything's alright The moon is all we'll see Er hat es also wirklich geschafft, was? Du klingst überrascht? Pass es aus, wir machen jeden Kunden glücklich, denn wir sind einfach der Wahnsinn geworden. Das hier ist kein Erfolg. Ach komm, freu dich doch, wir sind ja bei der NASA. Wir haben nicht mehr viel Zeit, lass uns wenigstens ein bisschen herumschauen. Aber war es das wert, seine große Liebe zu opfern? Bitte warten Sie hier, es wird gleich jemand kommen, der sich herumführt. Wie armselig, dieses ganze Theater, nur wegen eines Mädchens. Ich wusste, dass du das jetzt sagen würdest, Niel. Wie armselig, dieses ganze Theater, nur wegen eines Mädchens. Na endlich, schön, dass du wieder da bist. Ja, ja. To the Moon Die Geschichte eines Versagers, der Astronaut werden wollte Ein Roman von Joey Wildes Ich kann nicht glauben, dass sich dieser Quatsch verkauft hat. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt, Niel. Wir sind ja nicht in der wirklichen Welt, Niel. Und die Kleiner halt laufen. Okay. Okay, hier kommt dann das Ende der vermutlich vorletzten Folge, ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal bei To The Moon, mein Name ist Tom, bis dann.